Man kann über alles ewig reden. Oder in 88 Sekunden. Expertenwissen in 88 Sekunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Expertenwissen in 88 Sekunden. Heute bei uns zu Gast Peter Schmid. Er ist Experte für den Euroraum. Peter, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, Christian. Peter wird uns heute zeigen, weshalb Arbeit und Kapital im Euroraum frei beweglich sein müssen. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, ab ins Studio. Packen wir's. So, und zurück im Studio. Peter Schmid zum Thema, warum sich Arbeit und Kapital im Euroraum frei bewegen müssen. Vielen Dank. Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die vier Grundfreiheiten auch für den Euroraum von Bedeutung sind? In einem Währungsraum gibt es eine einheitliche Geldpolitik. Dies ist dann unproblematisch, wenn alle Mitglieder dieselbe Geldpolitik verlangen. Bei asymmetrischen Schocks ist dies aber nicht der Fall. Deswegen müssen sich Arbeit und Kapital in einem Währungsraum frei bewegen. Dies ist nach Robert Mandel, dem Schöpfer der Theorie optimaler Währungsräume, essentiell. Auf dem Papier ist Mobilität im Euroraum gegeben. Die Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit gewährleisten dies. Die Realität schaut aber anders aus. Im Vergleich zu den USA gibt es in Euroraum weit höhere kulturelle wie sprachliche Barrieren, die Migrationsströme zwischen den einzelnen Ländern behindern. Zur Kapitalmobilität. Es lässt sich zwar zeigen, dass die finanzielle Integration die konjunkturelle Synchronität erhöhte, aber hier gibt es auch Problematisches zu berichten. Es war ein sogenannter Boom-Bust-Cycle zu beobachten. Vor der Finanzkrise kam es zu Kapitalflüssen aus dem Kern in die Peripherie, die dort in wenig produktive Investitionen flossen. Im Zuge der Finanzkrise kehrten sich die Kapitalströme um und verschärften die Krise in der Peripherie. Eine Lehre. Fremdkapitalströme können problematisch sein. Wenn ihr mehr zu unserer gemeinsamen Währung wissen wollt, dann schaut doch unser nächstes Video zum Thema Expertenwissen 88 Sekunden. Lohnt sich eine Mitgliedschaft im Euroraum?